Hallo zusammen! Drei Objektive, die jeder Fotograf haben sollte, egal ob du Portraitfotograf, Landschaftsfotograf oder was auch immer bist. Am Ende vom Video sage ich dann meine persönlichen Lieblingsobjektive und ich würde mich sehr freuen, wenn du deinen Favoriten, das Objektiv, ohne dass du nicht leben kannst, als Kommentar schreibst. Ich bin mir sicher, da sind wir alle gespannt drauf und gucken in die Kommentare, was andere bevorzugen. Wenn dir dieses Video gefällt, nicht vergessen, Daumen hier lassen, Abo hier lassen und die Glocke anmachen und jetzt legen wir los. Objektive, ich fange mal mit Weitwinkel an. Auf jeden Fall sollte jeder Fotograf was Weitwinkliges haben. Jetzt kann man sagen 1635, also wirklich so ein bisschen flexibel zoomen. Persönlich würde ich eher vorschlagen, eine Festbringweite zu nehmen und zwar, wenn ich mich entscheiden müsste, 20 mm oder 24 mm. Ich habe hier zum Beispiel das Nikon 20 mm 1.8 oder 24 mm von Sony Vollformat. Für APS-C-User dementsprechend schreibe ich so ein 12 mm oder sowas. Warum nicht ein 1424 oder 1635, kann man natürlich auch machen, ist nicht falsch, ist in der Regel teurer und nicht so lichtstark. Das ist gar nicht mehr so richtig relevant, nicht so wie früher, was ISO-Rauschen angeht, sprich, wenn du nachts fotografieren willst, sondern vor allem wegen diesem Look. Mit dem 24er kann ich einen Look machen, den du mit dem 1635 nicht machen kannst. Das geht einfach nicht. Dieser freistellen-Weitwinkel-Look und zwar egal, ob du eine Person hast, so Reporter-Style, Personen fotografieren, irgendwie vielleicht nicht den Fischer beim Fischen oder den Tischler am Tischlanden oder deine Frau beim Essen oder wie auch immer, egal. So dieser Weitwinkel-Look und dann freigestellt. Das ist schon wirklich ziemlich cool. Und das muss nicht ein Mensch sein, das kann halt auch ein Ding sein, wenn du Objekte fotografierst. Oder das kann in der Landschaftsfotografie nicht der Berg da hinten sein, sondern irgendwas, was im Vordergrund halt ist. Blumen und im Hintergrund irgendwie der tolle See oder sowas. Diese Möglichkeit hast du einfach und die hast du mit dem 1635 nicht. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher immer sowas nehmen. Wir sind öfter damit unterwegs, was mit dem 1635. Und ob du 20 oder 24, das hängt ein bisschen davon ab, was du machst. Für Landschaftsfotografen eher 20, für People-Fotografen eher 24. 24 ist schwierig. Portraits mit 24 ist schwierig. Aber wenn man das gut macht, sind die Bilder auch gut. Und dann sieht man, da weiß einer, was man macht. Also wäre vielleicht auch eine Herausforderung, das zu lernen, falls du dann auch unsicher bist. Das würde ich im Weitwinkel nehmen. Das gibt es für alle Hersteller. Für HPS-C, Sony zum Beispiel, 12 mm Samyang. Oder das 16 mm von Sigma als HPS-C Objektiv. Und entsprechend, das gibt es dann ja auch für die anderen Hersteller. Und im Vollformat, wie gesagt, 24 mm gibt es von Sigma oder hier halt von Sony. 20 mm Nikon gibt es auch vergleichbar von anderen Hersteller. Dann auf dem anderen Ende, Tele. Ja, natürlich, wenn man sich aussuchen kann und jemanden hat, der es trägt. So ein 70, 200 oder 28. Das ist in dem Fall von Nikon. Das habe ich persönlich privat von Canon. Das ist ein Leihgerät von Nikon. Und für Sony habe ich das auch hier für die Firma geschrieben. Also geschäftlich habe ich das für Sony privat, das wir kennen. Und geliehen halt eben das von Nikon. 200 mm. Ich bin ein Riesenfan von 200 mm, was Portraits angeht. Aber wenn ich sage, ich will flexibel sein. Das Video heißt ja, drei Objektive, die jeder haben sollte. Dementsprechend würde ich eher nicht das nehmen, weil das Problem ist, wie oft, Sebastian, wie oft standen wir schon irgendwo in der Landschaft und haben gesagt, 70, 200er hätten wir jetzt gerne dabei, weil wir es vorher nicht mitgenommen haben. War schon ein paar Mal. War schon ein paar Mal. Weil man immer zu Hause sagt, ja, nee, das Ding nehme ich nicht mit. Das ist das Problem dabei. Das nehme ich nur mit, wenn ich davon ausgehe, dass ich es auch brauche. Besserer Tipp ist das hier. Das ist ein 100 oder 105 mm Sigma. In dem Fall ist das 105 Sigma. Ein Makroobjektiv. Um 100 mm. Weil mit einem Makroobjektiv kannst du Makrofotografie machen. Man kann mal den Pilz mitnehmen. Man kann mal die Blume mitnehmen. Man kann mal sehr nah rangehen an irgendwas. Aber man kann damit auch Landschaft machen. 100 mm Landschaft. 90 mm, 135 mm, 85 mm, sowas. Aber so um 100 mm in der Landschaftsfotografie ist super flexibel. Und offensichtlich ein ganzes Tick kleiner und leichter. Sodass ich das viel eher mitnehme. Plus ich bin flexibler damit. Alternativ, man sieht es ja auch nochmal in der Größe, 85 mm, 85 mm 1.8. Portraits kann man mit dem Makro eventuell auch sogar besser machen. Oder zumindest genauso gut. Aber Portraitfotografen, das 85er 1.8. Du kannst auch das 1.4 nehmen, hat wieder einen Nachteil, das ist riesengroß. Aber das 1.8, in dem Fall ist es das von Nikon, 85 mm 1.8. Benutze ich sehr gerne für Portraits. Aber eben auch mal eine Landschaftsfotografie mitnehmen. Übrigens auch als Geheimtipp, wenn du eine APS-C Kamera hast, 85 mm 1.8 mitnehmen an APS-C. Dann hast du ungefähr so 130, 140 mm und bist damit in der Landschaftsfotografie sehr flexibel. Zum Beispiel an der Fuji war ich schon öfter unterwegs mit 90 mm an APS-C. Da habe ich umgerechnet 135 mm, leichtes Tele. Landschaftsfotografie 135 mm. Kann man fast alles mitmachen. Im Sinne von mal irgendwo ein paar Bäume isolieren. Man hat Landschaft in der Ferne, da ein Stück Nebel oder sowas. Kann da mal einmal reinzoomen. Ich zeige nebenbei ein, zwei Beispiele. Also das würde ich wirklich sehr empfehlen. Eine Fastbring-Weite, weil es kleiner, leichter ist. Was ist mit einem Tele, das kleiner, leichter ist? Statt mit dem 2.8, da könnte man das F4 nehmen. Ja, okay. Ist halt kleiner, leichter. Dafür hat es nicht 2.8. Kann man machen. Es gibt auch die günstigen Teles. Ich persönlich habe keins, bin ich so ein Riesenfan davon. Für Landschaftsfotografen völlig okay. Aber sobald du damit Portraits machen willst, hast du kein richtig schönes Bokeh in der Regel. Kannst du dich wirklich freistellen. Da sind wir da so ein bisschen so, hm, alles ein bisschen halbherzig. Deswegen bin ich da nicht so ein Riesenfan von, weil ich halt auch viele Menschen fotografiere. Und wenn ich nur Landschaft machen würde, ja, da kann man natürlich auch das kompakte Tele nehmen. Trotzdem würde ich das Makro im Zweifelsfall eher vorziehen. So, das waren so die offensichtlichen. Irgendwie, ja, ein gutes Tele und irgendwas Weitwinkliges. Was ist in der Mitte? In der Mitte natürlich kann man sowas nehmen, Zoom. Das ist jetzt zum Beispiel das 1728 von Tamron. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Hat auch eben 28, 70, 75, 24, 70 und so weiter. Diese ganzen Tele-Varianten. Das kann man machen, dann deckt man alles ab. Man hat was Lichtstarkes, Weitwinkliges, man hat ein tolles Tele und hat dazwischen so ein 24, 70 oder was Vergleichbares. Ja, kann man machen. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, eine Empfehlung, dann würde ich sagen 35, von Nikon in dem Fall, 35 oder 50. Ich persönlich würde vorschlagen 24er und ein 50er. Und du sagst, du nimmst ein 20er als Weitwinkel, dann eher das 35er. Weil so ein bisschen Abstand sollte ja schon dazwischen sein, dass sich das lohnt. 50 Millimeter ist ein bisschen langweilig, aber es ist halt super flexibel. Du kannst alles mitmachen. Wenn ich nur ein Objektiv haben dürfte, 50 Millimeter 1.8, kann ich alles mitmachen. Zur Not mache ich halt ein Panorama. Zur Not gehe ich halt einen Schritt zurück. Aber im Grunde kann man alles damit machen. Und man kann sehr schön freistellen, man kann sehr schön Fotos machen, die in echt aussehen, weil es ungefähr das ist, was man live auch sieht, perspektivisch und so. Also 50 Millimeter oder 35 Millimeter. Wenn du APS-C hast, umgerechnet, so ein 23 Millimeter oder ein 30, 33 Millimeter, 35 Millimeter. Irgendwie sowas in diesem Bereich. So, das wäre so meine Empfehlung. Dementsprechend, es gibt ein eigenes Video dazu. Wenn du anfängst, du hast eine Kamera mit einem KIT-Objektiv, willst du deine erste Festbrennweite oder Tele kaufen oder sowas, nimm 50 Millimeter 1.8 oder ein 35 Millimeter 1.8, wenn du APS-C hast, weil du dann halt eben super flexibel bist. Und die sind in der Regel relativ günstig und klein und leicht. Und man kann plötzlich ganz viel machen. Meine persönlichen Favoriten. Also wenn ich jetzt zurückgucke aufs letztes Jahr, die besten, meine Lieblingsfotos, habe ich entweder mit dem 70-200er gemacht auf 200 Millimeter. Und zwar, jetzt je nach Kamera, was halt gerade in war, egal, Canon, Nikon, Sony, die nehmen sich nichts, die sind alle sehr teuer und alle sehr, sehr gut. Also 200 Millimeter. Könnte ich eigentlich als Festbrennweite 200 Millimeter. Gibt es das? Weiß ich gar nicht. Von Nikon glaube ich nicht, ne? Nicht für Z-Mount. Also das wäre immer das eine. Dann im mittleren Bereich 50 Millimeter. 50 Millimeter, 55 an Sony, 50 an Nikon. Canon habe ich nicht so viel gemacht letztes Jahr, aber Canon 50 Millimeter ist auch sehr, sehr gut. Und halt eben so ein Geheimfavorit. 24 Millimeter habe ich letztes Jahr erst entdeckt, so richtig. Da haben wir plötzlich ganz viel mitgemacht. Und zwar tatsächlich zu Hause. Zu Hause meine Tochter fotografieren mit 24 Millimeter. Weil mit 24 Millimeter, Reporter-Style, überlebensgroß. Sie macht das erste Mal ein Puzzle. Da will ich ein Foto machen. Ronja am Puzzle. Und du sollst das Bild sehen und denken, Mädchen puzzelt. So, wie mache ich das? Man muss die Puzzleteile sehen und die sollen sehr markant sein. Ich werde dir offenblendig. Das heißt, der Fokus liegt auf ihr. Alles drumherum ist ein bisschen unscharf. Aber was nah dran ist am Objektiv, Weitwinkel, was nah dran ist, ist überlebensgroß. Guck mal, wie groß das Objektiv ist. Größer als mein Kopf. Weil es nah dran ist. Und das kannst du mit 24 ganz wunderbar machen. Also man kann da sehr, sehr, sehr kreativ mit arbeiten. Das habe ich eigentlich letztes Jahr erst so richtig gelernt. Mit dem Handwerkerprojekt, mit dem Handwerkerbuch. Und halt eben mit meiner Tochter, 24 Millimeter. Einige meiner Lieblingsbilder. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für das Lieblingsbild vom letzten Jahr, privat. Da würde ich sagen, habe ich mit 24 Millimeter gemacht. Das ist meine Tochter bei uns im Bus. Wir haben im Bus geschlafen und sie liegt abends im Bett und guckte in die Kamera rein. So ein bisschen zersaust, der Haare und so weiter. Ganz, ganz tolles Bild. 24 Millimeter. Das waren meine Favoriten. Ich hoffe, da war was Interessantes dabei. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Kommentare, welches dein persönlicher Favorit ist. Und Daumen hier lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Wie lange war das? Neun. Ganz schön lange. Habe ich geschwafelt? Hier ein. Hier ein. Hier ein. Nee, weiß nicht. Ich habe auch schon. Nee, geschwafelt fand ich. Jochen? troll. Beg service.